Hi Leute, wir sind in Bad Dürkheim, Bogensport extrem und Bogensport extrem heißt Henry Henry Botnik ist hier, freut uns wie die Sau, saugut und was wir jetzt, wir haben ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen geschossen und was total auffällig ist, zeig mal deine Pfeile, komm, zeig mal her Da treffen Welten aufeinander, also das ist das Mädchenteil hier, das ist meins Das ist doch keine Spitze, das ist ein Zäpfchen Und das hier, das Teil, das hat allein schon ein Gewicht von meinem gesamten Pfeil, da treffen einfach auch wirklich Welten aufeinander Henry mit seinem instinktiven Schießen und ich mit meinem Hau drauf und Schluss Aber was soll ich sagen, es gibt ja immer wieder viele Stimmen, die sagen, die können ja alle nicht schießen, Henry kann ja auch nicht schießen, kommt jetzt darauf Wir haben jetzt einmal geschossen, der trifft mit dem Scheiß Ding, also es ist natürlich ein großes Missile für mich, jede Menge kinetische Energie, aber auf 50 Meter Ein Botnik kann schießen Leute, ganz im Ernst, also kommt vorbei, wie ich, sag ich immer, alle Kritiker, vorbeikommen, gegen mich gewinnen, dann ist alles gut Kommt vorbei, gewinnt gegen ihn Glaubst du, das ist nicht so einfach, komm lass uns einfach einmal schießen Alles klar? Ja, wenn ich ihn noch irgendwo abhätte Hey, du bist einfach zu schnell, geht das alles zu schnell jedes Mal bei dir, Alter Das ist ein Kill Das schneide ich raus Das schneide ich raus, Digga, das kannst du knicken Hey, super, das ist natürlich eine Stresssituation und eins ist klar Leute, obwohl der so super schnelle Pfeile schießt, so ein wahnsinniges Zuggewicht, das muss man natürlich erstmal beherrschen Und der Thomas, unter Druck kann er schießen, treffen kann er und ich finde es natürlich auch geil, ich meine, das ist kein Pfeil, was der hat, das ist ein Mikado-Stäbchen, das da so schnell vorgeht Aber es geht trotzdem, wirst du? Das ist sauweil, Alter Los, auf, 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 auf So, zeig mal, was er kann, was er kann hier, ruhig bezahlen Das mit dem Bad, das macht mich echt fertig Ja, da bin jetzt ich ein bisschen besser, aber... Bärenstark 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 Bad Dürkheim, Henry Winkermoll Ich setze mich ganz schön unter Druck durch Kill-Tunier-Bedingungen Kill-Wertung, auf geht's Minus Übers Kill Wahnsinn, viel zu hoch Ja, da sind wir noch eine Woche, in der zweiten Woche Ja, komm hin, komm hin, jetzt aber Aber jetzt Von deinen Teilnehmern erwartest du immer hier Hochleistung Wie viel Pfund sind das? 2000 Ach Gott, im Himmel, ey 125 Pfund Und der Herr Botnik Ach Gott Hat er gesagt? Absolut, aber du Ich muss ja erstmal besser machen, wenn wir Ach Das ist noch ein Kill, das ist noch ein Kill, glaube ich Aber du hast auch zweimal geschlossen, ich darf auflassen Gutes, gescheppert hat's Jawohl, einmal frei Das Erste Titel gì Sand Untertitelung des ZDF, 2020